RB 34 nach Mönchengladbach Hauptbahnhof. RB 34 nach Mönchengladbach Hauptbahnhof. Asbeck. Nächste Station Asbeck. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Bedarfshalt zum Aussteigen bitte Halte-Wunsch-Taste betätigen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. RB 34 nach Mönchengladbach Hauptbahnhof. RB 34 nach Mönchengladbach Hauptbahnhof Wegberg. Nächste Station Wegberg. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. RB 34 nach Mönchengladbach Hauptbahnhof. RB 34 nach Mönchengladbach Hauptbahnhof Mönchengladbach-Genhausen. Nächste Station Mönchengladbach-Genhausen. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Bedarfshalt zum Aussteigen bitte Halte-Wunsch-Taste betätigen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. RB 34 nach Mönchengladbach Hauptbahnhof Mönchengladbach-Rheindehallen. Nächste Station Mönchengladbach-Rheindehallen. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. RB 34 nach Mönchengladbach Hauptbahnhof. RB 34 nach Mönchengladbach Hauptbahnhof. Mönchengladbach-Rheith-Hauptbahnhof. Nächste Station Mönchengladbach-Rheith-Hauptbahnhof. Sie haben Umsteigemöglichkeiten zum Regionalverkehr Richtung Aachen und Köln sowie zum lokalen Busverkehr. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung links. RB 34 nach Mönchengladbach Hauptbahnhof. RB 34 nach Mönchengladbach Hauptbahnhof. Mönchengladbach Hauptbahnhof. Nächste Station Mönchengladbach Hauptbahnhof. Sie haben Umsteigemöglichkeiten zum Regional- und Fernverkehr, an die S-Bahnen sowie zum lokalen Stadtverkehr. Für Ihre Anschlussmöglichkeiten achten Sie auf die örtlichen Lautsprecherdurchsagen und die Aushänge am Bahnsteig. Der Zug hat sein Fahrziel erreicht und endet hier. Bitte aussteigen. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Rechts.